Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS2 auf der TSM Map 6.4 und im Anhang der Rostmap 1.6.3 auf unserem romantischen Parkplatz. Noch in England getankt haben wir für viele, viele Euronen. Der gute Shell Power ist halt so ein bisschen teurer als andere Sachen. Aber wir wollen unseren guten Schwerlast-MAN. Schwerlast-Tour auf der TSM Map. Ne, Jacqueline Chin. Sitzt immer noch so tief da unten. Wir wollen mal in der Tschechische Republik mit unserem MAN und dem guten Ding, was wir da hinten dran haben, noch über 1500 Kilometer sehen wir dort im Informationssystem. Das heißt, mal langsam von dem MAN die Spuren geben, dass wir zumindest mal so rüberkommen. Ich sehe da nichts im Spiegel. Okay. Ja, über den Kanal langsam. Oh. Oh. Da schneidet schon der Auflieger das erste Mal die Kurve. Ja, ja, ja. Jedes Mal, wenn ich dann die Tour so ein bisschen unterbrochen habe. Kleine Pause eingelegt habe mit der Fahrerei. Ja. Muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen. Ne, es ist, es ist, wie es ist, sage ich mal. Aber das macht es dann auch jedes Mal wieder interessant. So eine kleine Pause am Straßenrand. Ne, wenn man die Tour nicht in einem Stück fährt, soll man dann selber auch mal am PC eine Pause machen. Und dann so ein paar Tage erst mal vergangen sind, dann muss man sich erst mal überlegen. Sperrlast? Okay. Sperrlast okay, ne? Ja, wie ging das nochmal? Aber wir wollen uns da jetzt nicht beirren lassen. Von hier, Jacqueline Chantal ist bei uns. Na, Cherie? Alles wird gut. Wir kriegen das hier schon geregelt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Kanal. Schön rüber aufs Festland und dann habe ich wirklich mal auf die Weltkarte geguckt. Und, äh, ja, das Navi hat, äh, dann auch gesagt, du fährst diese Strecke quasi nur Autobahn. Dann fiel mir so ein, nur Autobahn. Das könnte ein bisschen langweilig für uns alle werden. Da greifst du mal in der Route ein. Äh, wir werden also noch, äh, bis Deutschland, glaube ich, äh, bis, bis Frankfurt ungefähr war das, glaube ich, über Autobahn fahren. Danach nehmen wir dann quasi die, äh, Abkürzung, über die Landstraßen bis nach Prag erstmal. Hahaha. Also, auf der Weltkarte sah die Tour schon interessant aus, ne? Und hab ich mir gedacht, ja, wir werden mal sehen. Also, wir kämpfen uns jetzt erstmal tapfer über den Kanal, dann bis Frankfurt und dann, äh, geht's dann nach, äh, der Landstraße weiter. Ja? Überlegt mir jetzt schon, ob das wieder so eine clevere Entscheidung war. Aber wir werden es rausfinden, ne? Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge, aber, äh, ihr wisst dann schon so grob, was denn auf der TSM-Map auch wohl zukommt zu demnächst, ne? Wenn wir erstmal Frankfurt erreicht haben. Ja. Dann geht es über die deutschen Landstraßen weiter, weiter, weiter bis nach Prag. Ja, und ab da gibt es dann erstmal wieder ein Stück Autobahn, aber bis dahin ist es dann auch nicht mehr weit bis zum Empfänger. Deswegen, das letzte Stückchen können wir uns dann nochmal zur Entspannung Autobahn gönnen. Aber, naja, das ist nur weit, weit weg, ne? Ihr habt gesehen im Navi, 1500 Kilometer waren es noch. Noch ein ganzes Stück für unseren armen alten MAN hier. Naja, so alt ist er ja nicht, aber, ne? Er muss ja bekanntlich bei dem Fahrer hier ganz schön leiden. Ha. Allein nur den Berghochkomm aus dem Steinbruch in der letzten Folge, ne? Hm, 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 hm. Ich denke mal, die Reifen auf der Vorderachse, die dürften so gut wie durch sein, so wie die durchgedreht haben teilweise. Ne? Ist ganz schön Gummi geflogen. Ja, und dann noch was Schönes. Ich habe eine E-Mail von Sigi mal wieder bekommen, ne? Wer Sigi so nicht kennt, vielleicht kennt er einen oder anderen ihn unter den, äh, Namen Penguin. Tja, Penguin hat mir geschrieben und hat geschrieben, du, ich bastel schon am nächsten Update meines, äh, Trailer-Packs. Habe ich mir schon die Hände gerieben, zweimal Juhu geschrien, ne? Kam gleich Frau um die Ecke, was hast du denn? Ja, sowas passiert auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sehr schön, ne? Ich kann da schon mal so grob andeuten, also es sind dann, äh, über 320 Trailer waren das dann jetzt, glaube ich, die in dem nächsten Pack drin sein sollen. Äh, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ein paar Bilderchen hat er mir auch schon mit im Anhang dann geschickt. Ja, Leute, seid gespannt. Da ist der eine oder andere Trailer dann dabei. Der ist echt, äh, da hat man dann wieder, äh, Penguins Humor drin gesehen bei den Beschriftungen, die da auf der Plane oder auf dem Trailer dann viel mehr drauf waren. Äh, da kommen wieder schöne Dinge auf uns zu. Wir können uns jetzt schon mal so ein bisschen freuen. Genaues, äh, Datum wann er das denn zum Download zur Verfügung stellt, kann ich euch noch nicht sagen. Aber da wollen wir ihn auch nicht drängen. Ne, gut Ding will Weile haben und wir kennen ja, ne? Also ich sag mal so 90% von euch kennen das Penguin-Trailer-Pack. Und ihr wisst, wie schön und mit wie viel Liebe die gemacht sind. Hier sehen wir ja auch den einen oder anderen Trailer immer im Verkehr an uns beiziehen, die dann vom Penguin-Cargo-Pack sind. Oder vielmehr Trailer-Pack. Ne, gut Ding will also Weile haben. Lassen wir ihm noch ein bisschen Zeit, bis er denn damit fertig ist und dann, äh, können wir uns auf die, auf sein neues Update dann quasi stürzen. Ich freue mich jetzt schon. Wird bestimmt wieder, äh, eine super Sache. So wie bis jetzt alle seine Trailer-Packs, die ich kennenlernen durfte. Äh, reiben wir uns schon mal die Hände, ne? Reiben wir uns schon mal die Hände, während wir hier immer noch auf der falschen Seite auf der Insel durch die Gegend fahren mit unserem Schwerlast, äh, Gedöns da hinten dran. Ja, Schwerlastgedüls, ne? Ist auch so ein Fachbegriff irgendwie. Schwerlastgedüls. Ne. Ich glaub, an der Kanalküste sind wir aber schon mal angekommen, hm? Da vorne, da ist so Wasser alles. Kann da sehr gar nicht mehr so weit sein bis zur Fähre und dann, äh, äh, Gott sei Dank. Danach erstmal wieder auf der richtigen Seite fahren. Hm, 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 Gott sei Dank. So, die Herrschaften, was ist da vorne los? Wieso ist hier so viel Verkehr? Wieso geht da so langsam voran? Bitte fahren Sie zügig weiter. Der Bagger schiebt von hinten. Wer weiß, ob ich das sonst alles hier so zum Stehen kriege. Außerdem dürfen wir hier ganz schön schnell fahren, laut Navi-Anzeige. Also, ich bitte das vorgegebene, erlaubte Tempo auch einzuhalten hier, ne? Ich hab hier keine Zeit für eure Bummelein. Collision. Seht zu, dass ihr da vorne Land gewinnt. Hm. Ach so, deswegen, ne? Der Bus fährt so langsam und die anderen konzentrieren sich so da drauf, dass sie dran vorbeikommen. Äh, 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 äh. Hm. Das ist ja raffiniert. Überhol, der kommt gar nicht. Ich seh doch von hier hinten. Ich bin noch nicht mal dicht dran und ich seh das, dass da so keiner kommt. Fahr dran vorbei. Vertrau mir, ich hab den Überblick. Hm, 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 hm. Da sagt, Dover war schon mal ausgeschildert. Dover klingt jetzt schon mal gar nicht so schlecht für mich. Ui, so, da ist der langsame Bus ist schon mal weg, aber wir dürfen auch gleich abbiegen. Ah, der Verladebahnhof ist gleich in Sicht. Sehr schön. Da wollen wir natürlich hin. Channel Tunnel Dover. Nur noch mal hier ein bisschen ums Kürfchen gefahren, ne? Das kann ja nicht so schwer sein. Wenn wir aus dem Fenster gucken, ne? Spiegel sieht man ja nicht. Oh, hoch, 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 hoch. Ich hab's doch kommen sehen schon wieder. Äh, gerade noch gerettetet. Gerade noch so gerettetet. So, wo ist denn hier ein grünes Licht? Wo darf ich mal rein? Hier ist ein grünes Licht. Hier fahren wir rein. Schön weit ausholen. Mh, lieber, lieber noch mal gucken, ne? Oh, sieht glaube ich gut aus. Ja, ich glaube, das können wir so lassen, wa? Mh, immer diese Kürfchen. Sondern zwängen wir uns da mal wieder schön auf den Gütertransporter. Mh, mal gut, dass man einfach, wenn man nur so auf den grünen Punkt fahren braucht, ne? Und ich hier noch extra alles reinrangieren muss. Das wird noch... Das wird noch... Einmal nach Kali, bitte. Abfahrt. Oh, oh, was hier los? Wat, 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 bin ich hier in der Disco oder wat? Weiß ich, äh, schnell weg hier, ne? Irgendwie. Sie sind am Fazit angekommen, das sehe ich auch, aber die Hälfte meines Trailers ist nicht mitgekommen. Scotty, Scotty. Du hast uns falsch gebeamt, Scotty. Beam me up, Scotty. Irgendwas ist hier falsch. Ich krieg Schüttelfrost, ich glaub, da hilft uns jetzt nur eins. Wir rufen mal den Abschleppdienst. Vielleicht kann der uns noch retten. Wenn da mal nicht ein kleiner Fehler eben war. Aber auf der Hintour hat's doch auch eigentlich ganz gut geklackt. Ja, lassen wir uns erst mal abschleppen. Na, alles noch gut. Aha. Ja, ich glaub, dem immerhin geht's noch gut. Es ist erst mal nichts kaputt gegangen, würde ich mal jetzt so grob vermuten. Ich hoffe mal das Beste. Tja, was das nun wieder war, ne? Was das nun wieder war? Wir konnten sehen, die Hälfte unseres Trailers wurde von Scotty nicht mitgebeamt. Ja, Nubi an Enterprise. Beam me up. Beim Beamen ist das falsch schiefgelaufen. So, hallo? Bitte anhalten. Ich müsste hier jetzt mal rüber. Halten Sie an. Jacqueline, du hättest da drüben den Verkehr an. Verkehr, Jacqueline, düstere, leckere Gedanken. So. Und vorne darf dann jetzt auch weitergefahren werden. Hier im romantischen Calais. Sehr, sehr. Haben wir jetzt wenigstens alle Räder dran. Ich hab gar nicht geguckt. Oh. Alles wieder da. Hm. Tja. Scotty auf der Enterprise hat irgendwas falsch gemacht, würde ich mal sagen. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Die moderne Technik. Die moderne Technik klappt auch nicht immer so. Viel Platz im Kreuzverkehr. Mann, 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 Mann. Das war aber auch am Anfang wie in der Disco, ne? Decke, 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 da tanzst du da immer ein. Hm. Dass ich mal ein Lkw beim Tanzen zugucken darf. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Tja. Na, liebe Gai, raus dich nicht an mir vorbei, ne? Ich würde es auch lassen. Ich brauche hier wirklich ein bisschen mehr Platz. So ein bisschen enger hier irgendwie. Von vorne muss ich eh gleich abbiegen. Jetzt brauche ich den ganzen Platz. Tut mir leid. Gut, da ist so viel Gegenverkehr. Komm, da kann ich mich jetzt mal aufs Abbiegen konzentrieren. Ich brauche ja wieder jeden Meter hier, den ich kriegen kann, ne? Ja. Sieht gut aus. So. Den wollen wir da mal so ganz langsam uns zwischen den Leibplanken durchschlägen. Hm, 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 hm. Bin ich nervös. Ich summ immer vor mich hin. Hm. Hm. Nicht, dass da immerhin hier gleich wieder das Tanzen anfängt, ne? So, ein bisschen so tun. Es sieht doch aus wie gewollt das Ganze hier jetzt. Ja, sehr schön. Können wir ja erstmal wieder das Gaspedal so ein bisschen durchtrieben, ne? So auf 80? Tja, der hat ja immer in erstmal Tanzstunden neben genommen in Kalina. Mann, 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 du, der tanzte immer in einfach mal aus der Reihe. Aber merkwürdig, auf der Hintour mit dem Tieflader sind wir ja auch von Kalina Dover mit der Bahn gefahren. Und da war alles gut, da ist nichts passiert, da hat nichts gezappelt, nichts gezuckt. Merkwürdig. Einfach nur merkwürdig. Jetzt du hast jetzt Lust auf Disco-Tabend. Nur dunkel wird schon. Disco-Beleuchtung haben wir oben am LKW bei Sauvie Vorderfohrn auf dem Rastplatz. Dreh mir eine Mucke schön lang und auf und in der Tanzstunde. Kein Problem, Jacqueline Chen. Dein Wunsch ist dein Meister wie Befehl. Nur noch ein paar Klotz finden wir. Hier longern sich schon wieder alle rum. Das ist ja auch für Pkw, ne? Oh, guck mal hier, die schöne lange Gerade. Da drüben haben wir so viel Platz. Alles für uns. Alles für uns hier. Und immer haben wir jetzt mal einen schönen Disco-Abend hier auf dem Rastplatz. Der Kollege hatte bestimmt auch Lust zu. Guck mal, der hat auch einen schönen Trailer, ne? Wo wir gerade wieder beim Penguin Cargo-Pack sind. Ah, sehr schön. Dann bleiben wir genau hier stehen. Jacqueline, ne? So, Motor aus. Disco-Beleutung gesehen. Ich sage noch eben kurz Tschüss zu allen hier. Und dann zappeln wir eine Runde schön ab. Und ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass der MAN hier in dieser Folge heute das Tanzen gelernt hat. Ich summe es nochmal vor. Ja, so ähnlich war das. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.